Ja, wie gesagt, die Kreativwelt werde ich auf jeden Fall weiterbauen, werde ich euch auch zwischendurch zeigen. Aber das wird mehr so ein Let's Show, will ich es jetzt mal nennen. Vielleicht haue ich auch zwischendurch ein paar Folgen raus, wo ich was baue. Wie ich zum Beispiel das angefangene Projekt weiterbaue. Aber das wird dann eher unregelmäßig laufen. Nicht so wie diese Sörerweiviel. Hubschrauber. Eisen. Eisenpuppeisen können wir nicht mitnehmen. Weil wir haben nur eine Holzsteinhacke. Voll Kacke mit der Steinhacke. Weil für bestimmte Materialien braucht man auch bestimmte Werkzeuge aus bestimmten Materialien. Das ist bestimmt total toll. Töten! So, wo wollte ich jetzt hin, da oben irgendwo? Was? Was war das für ein Geräusch? Hä? Schafi, Schafi! Doch, mehr Schafi! Ist ja scharf! Da oben möchte ich hin. Nehmen wir mal hier rüber. Rüber. Gehen hier hoch. Rüber, hoch, rüber. Oh, hier sind sogar Kühe. Da haben wir hinten Schweine. Hier haben wir Kühe. Yo! Ist ja fast perfekt. Mou! Mou, Mou! Was haben wir denn hier? Haben wir nichts. Haben wir hier? Haben wir auch nichts. Ich denke mal, die erste Folge werden wir mehr oder weniger damit verbringen, zu schauen, wo wir was bauen. Wie es halt immer so ist. Erstmal einen schönen Platz suchen. Alles wahrscheinlich werde ich gleich sterben, weil ich Hunger habe. Hunger! Wir brauchen Steine! Schafis, ganz viele Schafis und Kühe. Oh, Lava. Gehen wir mal von der Seite da ran. Okay. Hier haben wir ein Sumpfgebiet. Höh! Ups! Auch nicht vergesse ich das nicht rauszuschneiden. Ein Sumpfgebiet. Und... Das ist ja recht cool hier. Ich weiß nicht, irgendwie stehe ich oft Berge in Minecraft. Wow! Hier haben wir... Karnitchen. Oh, der kleine Hoppelmann. Hoppelmann! Hoppelmann! Schau doch mal stehen. Oh, dann nicht. Alter. Schau doch mal stehen. Hier gibt es gar nichts. Okay. Kleine Hoppelhäschen geben nichts. Wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Kleine Hoppelhäschen. Das ist aber ein Riesen. Hallo! Ich bin der kleine Hoppelmann. Und Hoppel immer dann und wann. Mir gefällt es so ein bisschen, wenn das erhöht ist. Tütüt. Ich denke... Ich denke... Ich denke, ich denke, hier machen wir uns Geschenke. Und deswegen werden wir jetzt... Oh, da hinten ist ein Pilzwald. Das ist cool. Hier ist cool. Rennen haben wir irgendwie scheinbar... Ob ich das richtig gesehen habe gerade. Warum ich so mehr sehen kann. Ach, da ist man so ein Wald. Ja. Ich denke, hier werden wir uns niederlassen. Tüt, 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 tüt. Jupp, 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 jupp. Werden wir hier nämlich... ...n bisschen... ...ansehen und so weiter. Aber hier werde ich mich erstmal reinbauen. Erstmal werden wir hier... ...den Weg... ...den Eingang... ...verbreitern. Ne, warte, warte, warte. Da muss noch ein weiter, obwohl... Das ist ja schon fast symmetrisch hier, ne? Müssen das zwei Türen sein? Können wir einfach mal hier ne Tür hinmachen. Und hier ne Tür. Kann man ja alles ändern. Ist ja kein Problem. Wir spielen ja Minekraft. Mit Minekraft können wir Minekraften. Hier machen wir mal Tüte. Ah, ein bisschen Holz könnte noch... ...nicht schaden. Dann holen wir uns mal Holz. Hier mache ich erstmal das Bett hin. Ach so. Bevor wir losrennen... ...machen wir ein... ...Ofen. Huch. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Tritt sie fest. Gibts ein schönes Wort da. So. Dann brauchen wir aber nicht alles reinpacken. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Und da fängt die Mujiki an. So, dann haben wir jetzt mal was zu etten. Wollen wir hier verhungern? Dann werden wir gleich auch mal schauen... ...was wir... ...einen können wir noch? Einen können wir noch. Jo, jo, Frau Hansen. Wenn einer noch muss, aber dann ist Schluss. So, dann ist das... ...dü-dü-dü-dü-dü-dü. Weizen. Denn der Weizen... ...soll sich speizen. Und Holz. ...wollen wir hier hin... ...und flügen ein paar Bäume weg. Baum. Baum. Und jetzt seht ihr... ...mit der Axt geht das schneller. Wenn ich auf die nächste Version gespannt bin, soll man sich auch irgendwie Straßen bauen können. Das ist natürlich für die Kreativwelt sehr interessant, sofern dann die Bewohner auf diese Straßen reagieren. Sprich, dass die da so Fußgängermäßig laufen oder ob die da nur schneller drauf laufen oder ob die überhaupt darauf reagieren, dass da Straßen sind oder ob dort einfach nur optisch irgendwas ist. Ich möchte ja immer noch wissen, warum Mojang nicht irgendwie so Schränke und sowas einbaut. Also mehr Deko-Gedöns. Nee, Hoppi. Der kleine, der kleine Hoppelmann, der hoppelt immer dann und wann. Hier mal ein paar Samen mit. Samen. Oh, Schweine haben wir hier auch. Was ist das denn für ein komischer Bug? Wir brauchen mehr Samen. Der Puster. Jo. Gehen wir mal kurz zurück. Damit wir pennen können. Haben wir denn hier Samen? Nö. Warte, dann pflanze ich einer da hin. Und dann gehen wir hier mal hoch. Habe ich da schon ein Skelett gehört? Mach mich nicht wild. Sonst mache ich dich wild. Wenn wir uns gegenseitig wild gemacht haben, müssen wir uns töten. So, jetzt machen wir schlafi, schlafi. Guten Abend. Oh, da ging er schnell. Guten Abend, gute Nacht. Fackeln sind hier angebracht. Da machen wir zwölf Stück. Und dann machen wir erstmal so die Fackeln ein. Ähm, was wollte ich da noch bauen? Türen. Türen. Ah, das haben die auch geändert. Okay. Hoch. Ja. Heißgeloer. 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 Und ich war... Ditte. Ditte ist nicht... Oh mein Stil. Muss wir hier noch einen wegnehmen? Da. Hier müssen wir noch einen wegnehmen. Schön symmetrisch. Ja, jetzt ist das hier natürlich anders als da, aber das... ist nicht so schlimm. Ich glaube nicht schlimm, dass die Tür jetzt sein ist, wo ich gerade den neuen Ofen hingepackt habe. Nö, alles gut. Alles gut. So, was zu essen. Und ich werde jetzt hier nochmal eben zwei Steinchen brennen. Machen wir acht. Weil eine Kohle langt für acht. Steine, Eisen, Gold, was auch immer. Was man halt so findet. Machen wir halt mal so. Und dann ist das bitte mal hier weg. Schartein. Muss sein. Vermutlich werde ich das früher oder später sowieso abreißen. Das machen wir aber erstmal hier ein bisschen, ja, Platz. So viel zum Platz machen. Mach Platz. Sitz. Dann machen wir jetzt so. Und da oben machen wir auch eine. Und eine Hoe. Ja, eine Hoe brauche ich auch. Wenn wir vielleicht unten Weizen anweizen können. Wir haben hier zwar Wasser, aber keine Erde. Wenn wir hier jetzt sagen... So. Geht das da hin? Hm? Wird das dunkel? Wie erst du dunkel? Wie erst du? Wie erst du? Hm? Hm? Wie erst du? Los, wird dunkel. Oder muss ich dich wegreißen? Dann machen wir sie weg. Alles kein Problem. Alles kein Problem? Ja. Machen wir das so. Dann bauen wir hier einfach... ...die Samen hin. Alles gut. Alles gut. Alles kein Problem. Dann gehen wir hier wieder rein. Und dann bauen wir ein bisschen aus. Dann haben wir uns erstmal Platz. Platz, 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 Platz. Den können wir mal wegreißen hier. Den nehmen wir auch mal weg. Ah, wir brauchen Platz. Wir brauchen uns sonst was bauen, wenn man keinen Platz hat. ... Ihr seht, das geht schon jetzt ein bisschen schneller als die Holzhacke. Nachher, wenn man Eisen hat, geht das noch schneller. Diamanten gehen noch schneller. Und so weiter und so fort. Was sich nicht lohnt, es sei denn, sie haben es inzwischen geändert, was ich nicht glaube, sind Diamantsachen. Weil Diamantsachen, Spitzsachen, Schwerter, die gehen alle sehr schnell kaputt. Sollte man sich lieber für was anderes sparen. Also machen wir erstmal ein bisschen Platz, damit wir hier auch Drohnen hinpacken können. Hier machen wir mal den Ofen hin. Dann machen wir das hin. Düt, 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 düt. Und hier machen wir eine Ausbuchtung. Sind das auch vier? Drei. Ja, okay. Viertes Bett. Dann machen wir den später noch. Was Schickes. Ist ja jetzt erstmal die erste Bude, wa? Weißt das bestimmt noch, wie das früher war. Oder auch nicht.